so langsam weiter haben wir noch ein schaf jetzt und dringend welche tiere soll ich einfach mal was trinken hier wasser holen da da hat ja kein junges anscheinend nicht hier ist in der welt aber wenn wir das rad haben dann geht es noch mal richtig ab keine tiere hier weit im bäum keine tiere hier weit im bäum aber und 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 nicht ganz alleine das ist eine die eine Kuh das ist eine Kuh das bringt der Händler ja weg jetzt kommt gleich, move on the next thing oh guck er baut die ersten sichere erste sichere ein wolf glaube ich das ist das Auf Feuerstelle. Na gut. Hm, das war so ein Ding. Wollen wir bald unsere Stone hinspauen. Äh, keine Tiere. Wird langsam schlecht vom Suchen. Guck mal im Sommer. Das ist ein Händler. Siehst du, der hat einen Esel davor. Händler umbringen, Esel klauen. Bei Priorität ist jetzt Kupferproduktion. Auf jeden Fall schnell die Waffen upgraden. Wollen verbessern, so schnell wie möglich. Muss ja nicht jetzt. Da. Na komm. Ich hoffe den teuersten Esel den du hast. Durchschnittlich. Gut. Alles Kupfer. Zwei Esel. Andere brauchen wir nicht. So. Brot kannst du haben. Das ist fast nix wert. Aber wenn wir ihm 85 Fleisch geben. Aber auch ein bisschen. So. Ähm. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Hups. 190. Eine Kupfer sicher. Eine Kupferangst. Stroh brauchen wir, Knochen brauchen wir nicht so viel Huize brauchen wir auf keinen Fall so viele Aber damit kann man gut Geld machen So, achso ne sogar noch Viel zu viel Machen wir so Kriegen wir zwei Esel Auf fünf Kupfer Check Können sie die jetzt vorne links sparen Weibchen Zwei Weibchen Oh Oh Mein Gott, die Schweine haben wir eh zu viel Ich hab da mal ein Ferkel gejagt Ich muss keine Esel bitte Ich sehe keine Lassen wir ziehen Wir ziehen Ausfallen Hat geringe Werte und wird Aufgaben mit verringerter Effektivität ausführen Okay Drei Leute Einer gestorben Gut Gut Hier hinten Wir ziehen Bisschen weit Bisschen weit Stein Das ist alles Das ist einfach nicht Das ist einfach nicht Das ist einfach nicht Genau Das ist einfach nicht Ich denke Weil wir nicht so gehen, was soll's, wenn wir nur schweinen Nicht viel Kupferwaffen Keine Reserven Und die sind jetzt, die spannen jetzt die Ese Fürs Dings Und die Ese Die stehen hier nur rum Könnte man denn die Ese-Force-Dings spannen? Ich weiß das nicht, muss die Einge automatisch machen Weil erst wenn's Rat gibt Weltes Männchen Und hier die fetten Schweine Einzelne Mufflern Besser zu Jagd freigegeben Der holt noch Bäume Und da hinten reagentiere Kriegt einfach keine Schafe mehr Ziegen Das ist auch okay Die geben Milch Wenn sie tot sind, geben sie Fleisch Und heute Ein Flax können wir selber anbauen für die Wolle Die geben die Schafe eben aus Die geben uns das Fleisch Die sind nutzlos Die Ese Und noch Und zwar wird zwei Weibchen haben Die muss jetzt geerntet werden Die kommen Schmeid noch eine Wasserstille so ein Ochse steht da Fähre? ne, hier schon ne, hier ist das ne, hier ist das Oh, bin ich mal, das ist nix. Oh ja, wo war man? Was aber schon wieder hier gewesen? Ich werde jetzt auf Zufall warten Wie läuft's? Nicht viel Da haben wir noch keine Angle hergestellt oder was? Haben wir denn gar keine Wolle, wir sollen auf das Flax verhalten jetzt, ne? Jetzt müssen wir die mal ernten da hinten Ne, die kriegen glaube ich so ein Zeichen Oben drauf, wenn's geerntet werden kann Oder nicht? Ne, doch nicht Entferne Tonnenweise Kupfer Sie holt jetzt Oder? Ne, irgendwie nicht Folgendes Knochen Flax scheint aber nicht bereit zu sein Jetzt im Herbst wieder Im Herbst ist das aber auch wieder alles ready Die Fälle noch nicht bereit zu sein Da unterste investigate Die von Laatm Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben alles Wir müssen doch mal schmelzen Ach da, der holt jetzt Erz Alles klar Ein Erz Echt Erz Mit dem Schlitten Die Sword ist drin, macht nur keiner Ja, die Argel herstellen Welches Das macht sie angeblich Ach, er sitzt da Ja, ich bin Ja. Wir haben nur Ziegen, aber dafür gibt es die Milch und alles. Ist auch gut. Und eine Schafe tapfer durch. Bis wir das Rad erfunden haben, sind die eh so alt. Klapprig. Das sind drei Punkte. Was geht denn hier? Mammus waren ausgestorben. Weiß ich nicht. Wann er denn ganz hin? Knochen. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir wieder Wolle. Hier ist eins von einer Schweine. Hier wollen wir manchmal Tiere ziehen. Ne doch nicht. Muffeln. Und keine Jungen. Hier ist auch noch eins. Hier ist unser Heser. Hier ist unser Heser. Hier ist unser Heser. Naja, nicht nix. Na, ich mein nochmal Ziegen. Hier ist unser Heser. Wir müssen auch mal arbeiten. Ne, das ist auch nicht nur du. Und Stock, Wolle. Ich denke da müssen auch wo Dings herrschen, doch stellen wir ja her. Wolle. Sie haben jetzt das Flax abgebaut? Nee, das muss alles noch von dem Schaf kommen. Stein. Gut. Oh, 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 oh. Easels. Die ist auch recht fit. Wir fangen mal den da. Die sieht auch recht fit aus. Wir kommen. Kommt mit dran genau? Wie schafft das? Ach, die Schande. Die laufen ja sonst wohin. Jawohl, ja. Und die andere? Was waren die denn alle? Räuber. Oh mein Gott. Und sie hat einen hier unten. Dann hoffe ich, dass sie den Ese... Das ist mal die größere Gruppe. Führen wir den Alarm oder so? Was? 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 Was ist denn der Wenger? Weil die meisten viele... Oh, schade. noch mehr wie viele leute haben wir 940 und drei leute verloren war das viele mann mit schweren waffen wir haben wenigstens ein esel noch mal zu ich kriege es Marie käre halt die seien mussten zu sitze fitness hoch es ist nicht so alte frau oh man drei leute verloren aber die angriffe sind nicht so oft ja weil wir da kein tor haben wir müssen hier zu machen also nochmal werden die nicht aus der richtung kommen in naher zukunft gehe ich davon aus denke ich einfach mal aber der weg ist die eselzug noch zum gang kriegen das wäre ja auch schon mal was schweine mache ich mir keine sorgen zieg mache ich mir keine sorgen 40 tieren damit 20 19 30 holzlager holzlager Ich glaube, das ist ein Eerbau. Ist es aus? Ah, jetzt nicht geschafft. Ah, altes WIP. das wird glaube ich nix feind schafft es noch sich von hinten anzuschleichen der baut schon die energie drauf na oh nee genau nicht jetzt kommt eine kleine spur ein kleiner spur ich tue sie jetzt hat's denn super nicht schlecht vier esel fünfter unterwegs warte mal was jagen die hier was sind hirsche mal zum herbst das müsste ja geerntet werden ne da kann man hier noch da geht ja kein stahl hin hier unten wohnen die leute hier hier schrumpf hier 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 zwischen quetschen das war kein unterschied in welche richtung die gucken ob sie da rein passen oder nicht wenn ich jetzt noch mal spielen würde ich immer ganz alles ganz knapp bauen knapp romat da hier finde ich hier nicht alles weg kreist oder ist das zu steil da hinter sich bauen hier vielleicht hin naja so, dann brauchen wir da noch einen Stall, brauchen wir Platz, nach 5 Esel ist auch ein paar Medium Weibchen bei sein, hoffe ich. Noch ein Punkt, aber wir kriegen das Rad, da bin ich gespannt. Was sind aber ganz schön Räuber-Schaden, die da angekommen waren, was wollen wir mal sagen? Das ist unser Und wieder 50 Jawohl Ja, der Flax ist jetzt auch fertig, jetzt gibt es Rolle, 50 Rolle, nicht wahr? Jetzt können die Winterwolle machen Während das andere vergammelt Nein Ah, der macht Kohle notre Wir haben einen Wir sind Jahrh придuin T cm 20 16 16 16 Das war's. Ohja. Dann gibt's hier noch Metall. Wollen wir uns das mal raus haben mit dem Tier einfangen, ne? Weil du kannst ja nicht anfangen bevor du das nicht domestiziert hast. Also nicht entwickeln. Irsche. Unser Schaf lebt noch. Hab's gehört. Ne, das war ne Ziege. Wollen wir das Ding dann irgendwann abreißen? Wollen wir da noch Knochensperre? Wieviel Knochen, Knochen müssen wir massig haben? Ja. 43. Witzig. Jawoll. Bisschen ein. Tadaaaa. Darat. Karren. So ist ich wirklich gespannt. Baumstämme, Hauhiter und Stöcke so Limits wo haben wir die 20 Karren herstellen 15 und da 25% da haben wir Platz für 50 Tiere und das soll aber auch reichen hier kommt wieder eine Händlerin oder ein Händler was ist denn das denn hier? ah, guck mal unsere Jungen wir müssen aber eine Eselzucht am Laufen das ist wertvoll die und sich sonst irgendwie abnippeln ach, der ist wieder eine weg Kerzer ne, aber gut, das ist also gut ich weiß nicht, also wenn die Räuber von da kommen würden dann würden sie ja alle Leute auf dem Weg umbringen oder laufen die zurück ins Dorf weil der erste Sieg gebe ich Alarm dann laufen wir alle ins Dorf da ist kleiner Esel so, mal gucken hm ein Schaf ich habe noch hohe Dings ne weil das hier also Krüpfer ist endlich, deswegen kaufe ich die ein und weil wir gerade so viel Zeug hier haben wir müssen auch über die Räuber versuchten aber sehr 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 Pinta steht ja vor der Tür, die wollen sich nicht mehr. Das ist schon ok So 1 Schaf und 6 Kohlfrau Jetzt haben wir 16 Kupfer Weil die Minen endlich sind, was ich von Händlern kaufe ist praktisch generiert Hier ist noch ein kleiner Esel Soll ich das noch schaffen, bevor Winter einbringt? Gut Getreide Ja, ich geh zum Totenkopf fallen und der ist fett Ich glaube ich habe auch das letzte Junge Passt schon Der ist alt, naja egal Das schafft es auch schon Das ist aber topfit, also hat er hier. Voll of fitness. Bei sie auch. Mann. Da muss ich schon ein bisschen beeilen. Da ist die Händlerin. Ja, entweder haben wir 6 oder nicht. Ach ja. Ja, ein bisschen schneller. Ist aber gemütlich auf der Jagd hier. Und jetzt läufst du schon? Das schaffst du nicht. Oder? Oh doch. Von hinten. Sehr gut. Okay. 6 ESO. Jetzt haben wir wirklich keine Sorgen mehr. Mal jetzt noch irgendwie einen Wagen bauen. Nichts nicht. Auf den Start kriegen. Siehst du, unten am Wagen. 4 Baumstämme, 4 getrocknete Häute. Ein paar Stücke. Und 10 Baumstämme. Lager mal. Lagern wir genug. Wenn sie den reparieren. Jetzt mit den Aufgaben. 30 Prozent. Eigentlich irgendwie. Die alle am Pennen. Da waren so viele 14 Leute. Gammeln rum. Und 5 sind absolut unproduktiv. Da wird ein Kupferwerkzeug hergestellt. Das lobe ich mir. Ja. Uns fehlen 3 Leute, ne. 3 Ziegen. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 9. 10. 10. 10. brauchen wir jetzt unser Limit auf Esel, warte mal, 15% so nur maximal 20 oh, wir haben zwei Schafe, wo ist das Schaf her, das ist komisch, aber gut, irgendwie haben wir ein Schaf her, ah, wir haben es gekauft, genau, ein Junge ist, aber das wird sich nicht mit dem alten fortschlanzen, denke ich mal glaube ich jedenfalls nicht können wir gemeldet werden keine Ahnung der baut einfach keine Wagen nehmen wir nichts drin und keine Stöcke haben jetzt fehlt die manpower hier haben wir auch keine besseren Waffen wir haben genug Bögen, wir haben genug Speere, die Knochensperre sind so gut wie die Kuffersperre ich habe gerade einen Baum fällt gehört oder nicht also noch ein paar boh mal, füllen wir das hier ab das war die noch die vier ja genau, alles wegfällt die vergammeln nicht die glaube ich auch nicht gut drei leute 53 sehr gut wir haben keine warme Kleidung wir stellen doch mal hier ein muss 1,50 weil wir zwei mehr haben äh wo sind sie hautausfett 50% das ist im winter na das eine ist schnell hergestellt und die zwei ich weiß die haben sogar noch Wolle die können meins sogar ein Wolloutfit herstellen Ziegen neuer Mensch geboren drei Schweine dazu die haben überhaupt keine jungen Tiere mehr hier die vier Esel jetzt steht sie doof da die Esel das ist fast kein Holz mehr die halbe Insel geschlachtet äh gefällt die Seelen jetzt die Aufgaben wieder voll da muss auch immer ein paar Leute haben die nix zu tun ne ist 41% oh guck mal das ist aber für nen Bogen ne für ne Angel wir stellen endlich mal was her das hat ne Angel hergestellt das hat ne Angel hergestellt das hat ne Angel hergestellt und wo das gibt's noch nen Bogen nein naja laufen wir da durch 54% das geht's aber ja die ja die hier die trägt die da als fett die sind ja gekling ah hier die baut sich ein Wollding ne Leinen baut sie das ist ein Leinen kein Woll oh reicht jetzt erfroren bei der Herstellung eines Leinen Outfits für nen Sommer die werden sie aber nicht zu Tode arbeiten das hab ich glaub ich noch nicht gesehen das hab ich glaub ich noch nicht gesehen die ist sie naja hier hat nur Leinen Outfit ist auch blöde die hätte Wolle herstellen müssen stopp erwachsensmännchen keine Kinder dabei ich weiß nicht ich weiß nicht ob die Kinder leben lassen automatisch für Schafmei wenn die Muffler nur im Winter unterwegs die Rentiere die Rot die die gewählt braucht man man den 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 Keine Kinder das stell ist voll ja genau wollen wir mal gucken wir haben ein mädchen scharf weibchen 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 haben wir nur weibliche esel gesammelt es ist nur weibliche esel ganz toll ein neuer mensch geboren wieder oh hier müssen wir das outfit bauen kann man auch nix machen das ist clever das traut sie nicht mehr an die stehen immer noch das ist das falsche zeug müssen wir hier noch mal ein tor hin baue die von hier kommen hier hocken meine sind nicht mehr wagen 56 20 volt ich weiß der hirsche Irrwehr Metallzeug, ne jetzt, die bringt gerade Kupfer hier hin der Stock ist schon drin und baut sich Messer an und er baut Bögen oder nicht angeln wir sagen mal cannonballen das wird ja nie was da ist der Winterwald rum immer ins Zelt ein paar Beaten erfroren das Statter und für Strom 87 eigentlich 6 Esel gefangen, alles Weibchen oh man, man, man aber keine neuen mehr da war ein bisschen neuer da ist er wieder bald rum ja auch beim Beaten erfroren ja auch ja auch eh bis Die gehen aber flott wieder hoch hier, ne? Zwölf Schweine... Ja, mit dem Esel müssen wir bis nächstes Jahr warten, ne? Ja... 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 Not dead in We're tested Tested seinen Axe Alle am gammeln hier, er hört auch nur Sommerzeuge an, geht Hütte, okay ist clever. Interesse, ein Hund gestorben? Oh, ist ja gut jetzt. Äh, ich glaube, wir fahren noch kurz auf dem Frühling oder machen wir wieder Pause? Äh, ja, Frühling. Jetzt geht hier das Haus aus, mit Holz aus, die Hütte. Kalt. Also Holz ist echt ein Problem, wir holzen schon immer weiter. Woher er hin? Jetzt. Ja, so. Lager, ganz dringend. Ja, warum stellen die denn... 125, 125. Das soll eigentlich nur so für den Überhang sein. Ja, los. Ist jetzt auch egal, der Winter ist gleich oben. Hier kommt noch mal ein Händler. Ja, los. Passt doch mal ein Händler. Das ist jetzt gar das, das mal muss gar nicht sein. Ich will auch noch mal rein. Das sind ja, was da zu tun haben, wie schon mit ihm im Händler. Wir haben auch die細äische Stahl gelocken. Das ist ja auch der Bauer. Ich habe den Händler. 117 90 Es gibt nur einen, das ist gut zu lagern. Machen wir so. Wieder ein Schaf. Drei Schafe. Wo ist das? Männchen. Alle Klamotten sind wichtig. Die bauen hier einfach keine Schlitten. Sollen wir noch eine Angel bauen. Und dann wieder den Wagen. Holz. Bauen wir nur sieben. Acht Stöcke. Okay. Dieses Lederhäuter war 30. Ich glaube sie erfriert keiner. So wie er hier. Ja. Ne, dann geht glaube ich erst Gesundheit runter. Also die kalten noch ein bisschen aus. Was ist das? Hier liegen noch Baumstämme drei. Ja, Mann. Die können jetzt vielleicht wieder eine Angel bauen. Kack auf die Augen, Mann. Kack auf die Bögen. Jetzt will das hier wieder gepflanzt werden. Da waren wir 56 Leute jetzt. 109. Ja, wir machen hier Pause. Dann... Das will ich mal. ...